Hallo, schön, dass du mein Video anschaust. In den nächsten 90 Sekunden erfährst du das Wichtigste zu einem Thema rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Heutiges Thema, Geburtskerze. Auch der Tag der Geburt ist schon ein Geburtstag. Manche Mamas entzünden bereits am Tag der Geburt eine Geburtskerze für ihr Baby. Vielleicht möchtest auch du ein kleines Ritual daraus machen, jedes Jahr am Geburtstag deines Babys diese Kerze zu entzünden, um die Geburt zu feiern. Hierfür kannst du entweder nach einer schönen Kerze Ausschau halten oder auch selber eine Kerze anfertigen. Bei einer individuellen, selbstgemachten Kerze hast du die tolle Möglichkeit, einen Spruch oder Bilder einzugießen oder auch Namen deines Babys, wenn er bereits feststeht. Aber egal, ob gekauft oder selbstgemacht, sobald die Kerze das erste Mal an war, ist sie etwas ganz Besonderes. Das war's zum Thema Geburtskerze. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir unten in die Kommentare, like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie